Meine Frau Katharina zwang mich zu mehr Achtsamkeit, um unserer Ehe noch eine Chance zu geben. Achtsam. Waffenhandel, Drogen, Prostitution, Spielbanken. Hat Ihnen das was gebracht? Ist eben so passiert. In drei Wochen will ich meinen Edelwurm einwachen. Scheiße, wenn ihr ja geht, ist mein Leben. Sie heißt Emily, du mitzappen. Titanic-Kumpen hieß so etwas wie, das Schiff geht runter. Aber das hatte Prager noch nie benutzen müssen. Eis essen hieß, die Sache wird heiß. Wir werden die Fische mit unserer Nussspucke flüttern. So sieht doch ein freier Mann aus. Keine Verpflichtung mehr wegen dieser Faschistenkanzlei. Und meinen Mandanten helfen mich auch nicht mehr. Schock! Müller von der Mordkommission. Wenn ich bis Montag nicht mit Dragan geredet habe, dann bist du tot. Entweder du verschaffst mir sofort Kontakt zu Dragan oder deine Tochter wird nächstes Wochenende zehn Zentimeter unter. Der Wasseroberfläche Planschen haben wir uns verstanden. Einatmen. Ausatmen. Dragan ist untergetraut, Bommes ist ein Stück sauer und Toni ist aus dem Schneider. Glocken. Dies Montag will ich Trager sehen. Oder du bist tot. Von 25 Kilern geben wir keine Rückmeldung erhalten. Für uns Kitas haben wir uns abgesagt. Nein! Stop, 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 stop! Letten Sie in sich hinein. So oft Sie können...